Herzlich willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris & Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Matsch. In dieser Episode, der dritten Folge unseres Tough Mudder Ausblickes, geht es um Level Up Lanes und was sich sonst noch so beim Tough Mudder 2019 erwarten wird. Die Level Up Lanes, das bedeutet für alle denen, die die Hindernisse normaler Art zu langweilig, zu unspektakulär oder irgendwann hat man sie einfach schon zu oft gemacht hat, hat sich Tough Mudder gedacht, wie andere Anbieter das auch vorgelebt haben, hey wir machen doch einfach mal Level Up Lanes und man kann sich aussuchen, welche Lane man nimmt. Ganz neu ist es nicht, früher hieß das immer Legionärshindernis oder Legionärsbahn, da früher musste man also einen gewissen Status haben, man musste schon mal gelaufen sein, um die schwierigere Variation machen zu können. Dieses Jahr ist es so, dass man sich selber einschätzen muss, dass die Hindernisse für alle offen sind, da gab es wohl Probleme mit der Durchführung, dass sich viele beschwert haben, ich zahle das gleiche wie die anderen und ich darf das nicht machen. Ja, aber wieder irgendwo ein Schritt weg von Mother Legion, von hey wir feiern das, dass das ja hier öfter kommt und hin zu Mainstream. Mach es einmal, wenn du es geschafft hast, cool und komm nicht wieder, sondern sag deinen Freunden, es war geil, dass die wiederkommen. Aber natürlich für alle die, die sich gerne mal überschätzen, ist das halt Mist, weil man dann Gefahr läuft sich zu überschätzen, aber natürlich für die Leute, die einfach topfit sind und einfach zum ersten Mal dieses Format austesten, ist es halt geil, weil du direkt von Anfang an auch das Maximalste da rausholen kannst. Meine Vermutung wird sein, dass die Level Up Lanes unglaublich überfüllt sein werden im Gegensatz zu den normalen Lanes, weil die Leute sich sagen, ey, ich habe doch gezahlt, dann will ich auch mehr für mein Geld bekommen und am Ende sieht es dann so aus, dass vielleicht 50, 60 Prozent der Leute das gar nicht schaffen werden, das Hindernis und schon am Anfang direkt in den ersten zwei, drei Zügen runterfallen oder was auch immer. Ich meine, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wir haben letztes Jahr richtig oft Voluntier Kong, Kong Infinity gemacht, Kong Infinity war immer überlaufen, weil es halt auch geil war und Kong war oftmals frei. Ja, und dann stellen sich Leute halt 45 Minuten da an, die eigentlich noch gar nicht diesen Legionärsstatus hatten, dadurch wurde das da immer voller. Ja, was das jetzt für Wartezeiten 2019 bedeutet, wir werden sehen. Das ist dieser coole, volle Kneipeneffekt, ne? Du gehst ja nicht in die Kneipe, die leer ist, weil die ja kacke sein muss, sondern da in wo alle sind, weil die muss ja gut sein. Und niemand möchte ja die Mimimi-Lane machen, ja? Man möchte ja immer, yeah, wir sind hier, um das Krasseste zu machen. Von daher, ja, wir werden es sehen. Ich glaube, dass das zu enormen Wartezeiten führen wird. Weil die Level-Up-Lanes wahrscheinlich ein kleiner Teil, vielleicht ein Viertel von dem ganzen Hindernis sein wird und die anderen werden die normalen Lanes sein. Und dadurch staucht sich das natürlich dann nur ein bisschen mehr zusammen. Genau. Bestätigte Hindernisse haben wir auch schon. 10 Hindernisse wurden von Tough Mudder schon bekannt gegeben, wo es diese Level-Up-Lanes gibt. Dabei, müssen wir aber vorher sagen, ist eins ein Mystery-Obstacle, ja? Das heißt, da wird erst am Event-Tag bekannt gegeben, was es für ein Hindernis sein wird. Das heißt, heute können wir euch da nur 9 Varianten sagen. Aber die erste ist auf jeden Fall Kiss of Mud. Wir haben auf Instagram auch eine kleine Umfrage gemacht zu Stacheldraht, ja? Ihr feiert Stacheldraht. Wir sagen, das gehört auf jeden Fall auch zum OCR dazu. Für alle mit Zopf, ja? Wir haben jetzt gelernt, Mädchen mit offenen Haaren oder Zopf nach hinten. Oder Jungs mit langen, offenen Haaren. Oder Jungs, ja? Oder divers. Die haben da Probleme bei diesem Hindernis, weil die Haare da einfach hängen bleiben. Die Level-Up-Lane ist genau was für euch, ja? Denn hier hängt der Stacheldraht nochmal ein bisschen tiefer, dass du deinen Arsch auch wirklich in den Schlamm drücken musst und deine Haare wirklich im Stacheldraht hängen bleiben. Vielleicht schafft es auch die coole Version von Christoph herbeizutaffen, war da. Vielen Dank für die Idee. Stacheldrähte, die unter Strom gesetzt sind und brennen. Genau. Das wäre eine richtig coole Level-Up-Lane, aber... Ja, falls ihr den noch nicht kennt, 19CVS94 und unser Interview vom letzten Mal auf jeden Fall reinziehen. Genau. Sehr sympathischer Typ, sehr cooler Typ. Level-Up-Lane 2 ist bei Everest. Das bedeutet, sie haben da jetzt ein kleines Stück oben drauf gesetzt, wie man es bei anderen Event-Typen auch schon gesehen hat, verschieden hohe Half-Pipes. Einmal hatten sie ja als Level-Up-Lane die abgerundete Spitze, was dann irgendwann normal wurde. Vielleicht kriegen wir den alten Everest zurück, der die normale Größe hat, weil er letztes Jahr sehr klein war. Deswegen vielleicht erwartet uns ein normaler Everest als Level-Up-Lane. Wir werden es sehen. Dann Pyramid Scheme. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt. Denn einmal, uns wurde kommuniziert, es lag daran, dass das Hindernis da mal kaputt war. Deswegen haben sie da eine Holzlatte in die Mitte gezimmert. Aber anscheinend war das auch mal so gedacht. Pyramid Scheme wird eine Level-Up-Lane bekommen, bei der in der Mitte des Hindernisses ein Holzbalken befestigt ist. Das heißt, eine Person kann in die Mitte gereicht werden, dort dann entweder im Dip hängen und Menschen hochziehen. Wir fanden das immer gut, weil das beschleunigt die ganze Sache. Es war auch so, dass das zu zweit gut möglich war, das Hindernis. Einer wurde hochgedrückt an die Latte, hat sich dann da festgehalten, den nächsten hochgezogen von der Latte aus, hat er den anderen hochgedrückt und von oben den anderen den anderen hochgezogen. Er hat Latte gesagt. Danke dafür. Also das Hindernis ist zu zweit machbar. Ohne diese Latte war es einfach oft schwierig. Da ist man dann halt an dieses Seil ran gelaufen. Und ganz im Ernst, niemand möchte ein Hindernis bewältigen. Gerade so eins, wo du eine schräge Wand hochläufst, an ein Seil fasst, dich da hochziehst. Ich finde, das ist mega langweilig. Mit der Latte könnte es für die Elite vielleicht auch nochmal, ich weiß, ich habe Latte gesagt, könnte vielleicht dafür dann auch nochmal interessant werden, wenn man das dann wirklich in Richtung alleine anspruchsvoll schaffen kann. Weil mit dem Seil war das auch, man läuft halt die Wand hoch mit dem Seil. Das war nichts anderes. Falls es eine Elite geben wird. Genau. Für die Ersten vielleicht einfach nur, nehmen wir sie dann die Elite. Ja, bei Hydrophobia, wir erinnern uns, wir haben das gerade vorgestellt, das Hindernis, bei dem man im Wasser unter Röhren durchtauchen muss, wird es auch eine Level-Up-Lane geben. Mehr wurde da noch nicht so bekannt gegeben. Aber es soll noch enger, noch dunkler, noch unvorhersehbarer werden. Ja. Nächstes Hindernis wäre Spread Eagle. Das ist das Hindernis mit den Slacklines, wo man sich drüber zieht. Level-Up-Lane heißt, du musst die Beine weiter auseinanderspreizen, um darüber zu kommen, übe schon mal, Spagat, genau. Wir können übrigens ein Fast, wir sind kurz davor. Aha, sind wir das? Sind wir. Vielleicht eine neue Challenge, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, mit der Fast-Technik, die ich vorhin erläutert habe, ist es scheißegal, wie breit das ist. Du brauchst ja keinen Spagat üben, einfach als Fast da drüber rollen und gut ist. Das nächste ist Augustus Globe. Da wird es eine noch kompliziertere Level-Up-Lane geben. Ja, wie das aussehen wird, wir werden es sehen. Vielleicht weniger Wasser und dafür nicht so steil oder so. Ich glaube, da stand irgendwas von, die Leiter wird kein Halt mehr haben. Also irgendwie, dass die nochmal extra gelagert ist und schwieriger ist, dort hochzuklettern. Was ich geil fände als Level-Up-Lane wäre, wenn du so eine Röhre hast, wo von oben Wasser kommt, du musst ein Seil hochklettern. Ja, das wäre was. Das fände ich tatsächlich ziemlich geil. Also Tavmada, ich könnte euer Hindernis-Inventor werden. Du kannst ja vorschlagen, ich glaube, dafür gibt es Geld. Ja? Wobei Tavmada wahrscheinlich nicht mehr. Weil Tavmada musst du Geld zahlen, um Vorschlag zu machen. Nein. Genau, bei Gauntlet gibt es auch eine Level-Up-Lane. Wie gesagt, wir hatten das ja eben schon angesprochen, ob das jetzt just the tip ist. Ja, also das ist mehr oder weniger ein Balken oben, wo man wirklich nur mit den Fingerspitzen dran langhangeln kann. Oder ob es was anderes ist, wir werden es sehen. Nächste Level-Up-Lane ist von Black Widow. So hat das Ganze gestaltet, dass man farbige Slacklines hat und eben nur die bestimmten Farben berühren und benutzen darf. So wie beim berühmten Spiel Twister, so ein bisschen. Linke Hand auf Rot, rechtes Bein auf Grün. Und dann dreht da am Anfang immer eine. Und dann, nein, auf jeden Fall darfst du nur bestimmte Farben berühren. Wie das genau ablaufen wird, wissen wir selbst auch noch nicht. Wir sind gespannt, aber gerade das könnte sehr interessant werden mit einer Level-Up-Lane. Spaßig auf jeden Fall, ja. Weil Gleichgewicht doch immer eine coole Nummer ist. Leap of Faith. Und das gab es beim World's Toughest Mal da auch schon als Level-Up-Lane. Da kannst du dir ein goldenes Bändchen verdienen. Da kannst du dir ein Karabiner verdienen. Leap of Faith in Hardcore. Das heißt, das Netz ist nur noch halb so hoch. Das heißt, du musst auf jeden Fall richtig schön hoch springen. Wenn du dann am Netz hängst, kannst du deine Füße nicht mitbenutzen. Du musst dich also mit den Händen hochziehen. Oder du bist halt super akrobatisch und kannst deine Füße so über den Körper hangeln und dich dann da so irgendwie hoch... Keine Ahnung. Fabian kann das bestimmt mit seinen Affen-Moves. Naja, das ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Wir haben noch ein Level-Up für euch. Statt Pick-Up gibt es Warbyte. Wir finden doch ein wesentlich gutes Level-Up, weil Pick-Up hat für uns in einem Sportevent als Verpflegung nichts zu suchen. Wenn das auf dem Village verteilt wird, cool, ist lecker, Pick-Up schmeckt und ja, kann man essen, aber als Läufer denklich ungeeignet. Warbyte sind so eine Nuss-Fruchtriegel, glaube ich. Die sind auf jeden Fall mehr geeignet für ein Sportevent. Da sind wir gespannt, wie die schmecken werden und was die so können. Am schlimmsten fand ich, ja, neben Pick-Up, diese Crunch-Chips. Das war geil, oder? Wenn du durch die Matma läufst und dann so einen Crunch-Chips kriegst. Verstehe ich nicht. Der ganze Plastikmüll war unnötig. Diese Pick-Ups einzeln angepackt, die Crunch-Chips alle einzeln eingepackt. Und dann nicht diese großen Pick-Ups, sondern die kleinen. Nein, also das war auch von Müllseiten her sehr ungünstig. Ja, beim Wasser hatten sie wenigstens die großen Container, wo du rausklappen konntest und nicht diese Plastikflaschen, wo sie Wohlweg noch hatten. Das war auch sehr verschwenderisch. Okay, dann gibt es alles was für Sparfüchse, Chris. Das ist dein Part? Ja, genau, deswegen habe ich es auch gefunden. Ja, es gibt einen Rabatt. Ja, wenn du jetzt... Team Chris kostet 10, 10% Sparen. Nein, sowas gibt es bei uns leider nicht, ja. Aber wenn du Mehrfachläufer bist, ja, das heißt, ein Tag ist dir nicht genug. Du gehst Samstag und Sonntag an den Start und hast keine Jahreskarte. Falls du das wirklich ernst meinst und bei jedem Event machst, hol dir die Jahreskarte. Die ist auf jeden Fall billiger. Ob du das willst, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Wir werden jetzt keine mehr holen dieses Jahr. Genau, aber wir hatten auf jeden Fall mal eine. Und dann kommst du so auf, wenn du dann auch noch zwei Runden am Samstag läufst, ja, da kommst du so auf Preise von 20, 30 Euro pro Start. Das ist dann schon geil. Ja, aber falls du das jetzt zum Beispiel nur bei Norddeutschland, Tough Mudder Norddeutschland machen möchtest, ja, Samstag und Sonntag an den Start gehen möchtest, dann kannst du die beiden Tickets beim Support einreichen und kriegst dann 50% Rabatt auf das Sonntagsticket. Wenn der Support sich dann meldet. Wir haben die Erfahrungen auch mal gemacht, dass der Support nicht so gut war. Wir hoffen, dass er dieses Jahr besser ist. Sag mal die Story vom World's Toughest Mudder. Das war super. Ich hatte keinen Contender-Status in der Liste, obwohl ich die Meilen geschafft hatte, weil mein Race-Chip kaputt war. Das heißt, ich habe die dann angeschrieben und meinen Garmin-Tracking-Pass mit Zielfoto und was weiß ich nicht alles hingeschickt. Und es war halt kurz vor Amerika, ich glaube zwei Tage, ein Tag vor Amerika, wo die Listen rauskamen, wo wir nicht drauf oder wo ich nicht drauf stand. Und dann hat man halt alle möglichen Plattformen, Instagram, Facebook, deutsche, englische Seite und Support deutsch-englisch angeschrieben. Und tatsächlich habe ich fast ein Jahr, nee, ein Jahr? Zwei Monate. Zwei Monate? Zwei Monate. Ich dachte, es war fast ein Jahr schon her. Weißt du ja schon. Es ist nicht mal ein Jahr her, dass wir da waren, du Knallerbse. Aber es gab dann tatsächlich nach dem Event eine Antwort. Wir hoffen, es hat alles geklappt. Im Januar war das. Genau, doch. Das war ja dieser Jahresendurchschnitt, den ich im Kopf hatte. Von Dezember auf Januar, der ist immer jedes Jahr. Auf jeden Fall gab es dann sehr spät eine Antwort über Facebook, die man sich hätte schenken können, weil so steht man im noch schlechteren Licht da als ohnehin schon. Gut, wir hoffen, wir konnten dir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle zaubern. Ja, was erwartet dich 2019 bei Tough Mudder? Lohnt sich Tough Mudder 2019? Kannst uns ja auch gerne mal erzählen, was du jetzt davon hältst. Wirst du dieses Jahr bei Tough Mudder an den Start gehen oder nicht? Was haben wir heute gelernt? Es gibt auf jeden Fall neue Hindernisse. Es gibt da auch auf jeden Fall ein paar geile neue Hindernisse. Es gibt Level-Up-Lanes. Es gibt kein Zwei-Runden-System mehr. Es gibt keine Preisgelder mehr. Haben wir noch was gelernt? Es gibt kein Pick-Up mehr. Zuschauer zahlen immer noch. Das ändert sich nicht. Und es gibt jetzt einen Sonntagsrabatt. Vielleicht gibt es doch einen Level-Up-Parkplatz dann wieder, wo du dir mehr zahlst für noch näher am Gelände. Damit du bei einem Lauf-Event dich nicht so viel bewegst. Also generell der Trend hin zum Spaß-Event. Die Distanzen werden geringer. Es gibt dafür mehr Hindernisse. Ja, was du davon hältst, sag es uns gerne. Wir bedanken uns dafür, dass du zugehört hast. Ist ja schon sehr lange jetzt, was wir so erzählt haben. Vielen Dank dafür, wenn du bis jetzt noch dran bist. Wir werden bei Tough Mudder Norddeutschland am Start sein. Wahrscheinlich werden wir eh den ganzen Tag da unterwegs sein. Von morgens Tough Mudder bis hin zum letzten Lauf. Einfach um zu gucken, wie ist die Tough Mudder aufgebaut. Und aber auch für euch interessant, wenn man ein bisschen später startet, wie voll ist es mit den Wartezeiten. Da werden wir eben ein bisschen nachher drüber berichten können. Deswegen werden wir den Samstag eigentlich komplett auf der Strecke verbringen. Wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an. Ihr könnt Fotos mit uns machen, winken, was auch immer. Schöne Grüße und so weiter. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lass uns doch bitte 5 Sterne auf iTunes da. Das hilft uns wirklich weiter, damit wir so ein bisschen mehr Leuten berichten können von dem, was wir hier machen und wie schön dieser Sport ist. Ansonsten könnt ihr auch auf Instagram, Facebook und YouTube oder auf unserer Website im Blog teamchriscos.de weiter über Schlamm und Hindernisse mehr erfahren. Wir freuen uns jederzeit über alle möglichen Feedbacks und auch Themenvorschläge. Das heißt, wenn du über irgendwas berichtet haben möchtest, dann lass es uns wissen. Gerne auch, wenn du Interviewpartner hast, wo du sagst, die sind interessant für die OCR-Welt. Darüber sollten Leute mehr erfahren, über diese Persönlichkeit. Schafft uns den Kontakt und wir gucken, was wir für ein Interview mit denjenigen machen können. In diesem Sinne, sportliche Woche, dein Team Chris Cross.